Multifunktionswerkzeug Drehwerkzeug für Dremel Schleifgerät Schleifer 3,7 Volt Profi Dalmor PCG02C 3,7 Volt Mini-Multifunktionswerkzeug Drehwerkzeug Schleifgerät Elektronisch DC Drehwerkzeug USB Wiederaufladbar Mit 80 Stück Zubehör für die Arbeiten Dalmor PCG02C 3,7 Volt Mini-Akku-Multifunktionswerkzeug Technische Daten Akkus 3.7 Flairlauf Drehzahl 5.012.000 18.000 U Min Gröhe 40.197 mm Ladeanschluss USB-Type C Durchmesser der Aufnahme 2.33,2 mm und 0.2.5 mm IT80 Zubehörteilen Preis etwa 19,63 Euro 4.3 mm und 0.3 mm W